hallo ist die super ich bin in disneyland dieser baris in disney's newport bay club hotel und stehe vor der bay boutique und ich möchte euch mal ein paar neue sachen zeigen von mulan da gibt es ganz neues merchandise das möchte ich gerne zeigen in diesem video gehen also hinein in die boutique als erstes natürlich hennig desinfizieren natürlich auch die artikel anfassen können da sind wir auch schon hier vorne es gibt natürlich ein muschum 13 euro 990 weiter geht es in diesem t shirt für 15 99 gibt es aktuell auch hier aus der animators kollektion dieses preset mit den figuren das kostet 24 99 dann haben wir hier einmal die prinzessin mulan als barbie version die kostet auch 21 99 so wie die anderen figuren von anderen prinzessinnen auch dann haben wir einmal diese poppe hier 29 99 dieser ohne sound und einmal diese figur hier ebenfalls 29 99 so das kleid darf natürlich auch nicht fehlen das kostet 59 99 so wenn man das vermöchtet da oben haben wir nochmal das figuren set dann haben wir ein größeres figuren playset doch einige mehr figuren ich kenne die charaktere jetzt nicht so gut von daher wenn ihr aber fans seid dann werdet ihr es kennen dieses playset kostet 19 99 so ein schwert dabei mit licht und sound effekten und dann haben wir noch mal das figuren set dann haben wir noch mal bei licht und dann haben wir noch mal das mit licht und dann haben wir noch mal die Kimono, also 89,99 Euro von Mulan. Wir haben noch, das wollen wir euch mal zeigen, ich bin noch gesehen, einen passenden Schlüsselanhänger. Den haben wir nochmal für 6,99 Euro. Seht ihr hier nochmal die ganze Wand. Also ich bin jetzt hier im Disney Super Bay Club in der Bay Boutique. Die gibt es aber auch noch in anderen Shops, habe ich schon gesehen. Und hier auf jeden Fall eine richtige Auswahl mit eigentlich allen Aktivern, die dabei sind. Und dann, würde ich sagen, war es das schon hier mit dem Video von Disney-Opa aus Disney Super Bay Club in Disney Dessert Paris. Tschüss, wir zum nächsten Mal. Ich seh gerade gut, dass ihr dran geblieben seid. Ich hab noch was vergessen. Und zwar, hier einen richtig coolen Umhang. Kostet 54,99 Euro von Shumulan, heißt der. Okay, also den auch hier, in der Bay Boutique. Und das war es jetzt wirklich. Schluss mit dem Video. Tschüss, wir zum nächsten Mal bei der Disney-Opa. Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.